If my heart keeps stopping, I find a way to blah it, I go landing. La 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 la. La 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 la. I go landing. Alle Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt. Und zwar dem neuen Spiel Shum收ji. Hat Premiere bei mir, ich habe es noch nie gespielt, ich werde jetzt etwas reinschauen. Mit euch natürlich. Jumanji, der Videogame und ich drücke auf Spielen. Ich bin gespannt, wie das Spiel so ist. Dieses Symbol zeigt an, dass der Spielvorstand gerade gesperrt wird. Ja, passt, okay. Anwenden. Gut, willkommen bei Jumanji. Du scheinst das Spiel vorher noch nicht gespielt zu haben. Möchtest du das zur Toru ausprobieren? Brauche ich nicht. So, Jumanji, der Videogame. Ich starte mit diesem Spiel einmal. Ich springe einfach ins kalte Wasser und werde es natürlich einfach so spielen, dass wird auf jeden Fall interessant werden, Leute. Spielen. Lokal, nach Jumanji springen. Ein bis vier Spiele Splitscreen oder ein bis vier Spiele Online-Übersicht. Lokal. Schwierigkeit gerade, bizarrer Bazaar. Freundliche KI ein. Einfach Mittel. Dschungelversteck. Gebirgsfestung. Schwierigkeit. Nächtliche Verfolgung. Wir nehmen einfach einmal bizarrer Bazaar. Natürlich. Bizarrer Bazaar werden wir einfach nehmen. Da ich ja das Spiel noch nie gespielt habe. Ich spiele gerade einfach. Freundlichkeit. Spiel bearbeiten. Ich bin natürlich Dr. Smolder Bravestone. Ich bin auf jeden Fall Dr. Smolder Bravestone. Da haben wir noch unseren netten Professor Shelly Oberon. Franklin Maus Finbar. Ich bin... Ich habe diesen Film... Ich weiß nicht... Wer den Film von euch schon gesehen hat. Den zweiten Teil von Jumanji. Im Dschungel. Willkommen im Dschungel. Oder im Dschungel halt. Ich habe den schon sicher zehnmal gesehen. Also ich kann mir den immer wieder anschauen. Er ist einfach so genial. Ich bin Dr. Smolder Bravestone. Gibt es nicht Ru... Ruber Anthos gibt es? Da fehlt doch jemand. Nein, doch nicht. Passt schon. Dr. Smolder Bravestone. Ah. Zurück. Anwenden. Äh. Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ai, 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 ai. Äh. Ich habe einfach... Ich habe einfach genommen. Anwenden. So. Natürlich werde ich ihn Dr. Smolder Bravestone nennen. Und es geht... Los. Ja, Jumanji. Hallo, meine Abenteurer-Kollegen. Wir gehen zum berühmten und belebten Jumanji-Bazaar. Ihr müsst das Juwel für die Menschen dieser Stadt zu seiner Statue zurückbringen, um den Frieden und Wohlstand zu erhalten. Bringt es zurück und sprecht seinen Namen aus, um Jumanji zu retten. Viel Glück! Na, passt. Also wie im Film. Es hat Spaß gemacht, solange es funktionierte. So, schauen wir uns mal um. Wir sind der Rock... Dwayne the Rock Johnson. Was ist jetzt passiert? Aha, okay. Ich muss das Juwel weitergeben. Ja! Haben wir hier was drin? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Die Waffe hat keine Leistung mehr. Trauriges Gesicht. Abschuss! Ah, sehr interessant. Verstärkt meine Waffe nicht mehr. Ich muss das Juwel weitergeben. Ja! Alles gut. Jawohl, ich bin wieder geheilt. Haha. Jetzt geht los. 40 Ladung. Achso, das ist eine Ladung. Jemand muss mir das Juwel abnehmen. Welches Juwel? Sollte das Juwel abnehmen, lieber Maus? Findbar. Okay. Gehen wir weiter. Das sind mehr, als ich dachte. Besser, Jungs! Besser, Jungs! Besser, Jungs! Stech mir so hart! Was? Vorsichtig, das müssen wir immer wieder aufpassen auf diese Bomben. Au, das tut weh! Okay. Genau, was ich gebraucht habe. Brettteile gefunden. Zwei von vier Jumanji Brettteile gefunden. Wir können hier drin unsere Vorräte aufstoppen. Dafür funktioniert wieder normal. Okay. Ich kann wählen. Es hat Spaß gemacht, solange es funktionierte. Meine Waffe funktioniert wieder normal. Okay, sie hat jetzt das, den Stein, das Juwel. Ah, ich kann jetzt den Juwel nämlich anderen geben. Und hier muss ich irgendwas... Ja, es war toll. Solange es funktioniert hat. Okay. Oh Mann, die Waffe hat keine Leistung mehr! Ich muss hier mal alles ausprobieren. Ah! Okay. Granate. Auf G wie Granate. Okay, da darf ich jetzt... Ich habe nur noch eine. Da darf ich jetzt nicht mehr viele rum... ...tun. Okay. V-Box man. Gut. Ähm. Wie komme ich da jetzt hinein? Muss ich da irgendwie draußen was öffnen? Oder... Oh Mann, die Waffe hat keine Leistung mehr! Kann ich mich da irgendwie heilen? Ja. Ich schieße ihn mal da drauf. Ja, das war toll. Solange es funktioniert hat. Okay. Die Waffe funktioniert wieder normal. Tsch. Jini, musst du das doch öffnen können. Äh, zurück zur Normalität. Tsch. 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 Dann habe ich mich hier verlaufen. Hier höre ich wahrscheinlich irgendwie da rüber. Aber hier kann man auch lang. Oh Mann, die Waffe hat keine Leistung mehr. Okay. Okay, vier Brettteile, ganz einfach. Es hat Spaß gemacht, solange es funktionierte. Vier Brettteile, glaube ich. Das heißt, wir brauchen weitere Brettteile, so schaut es einmal aus. Oh, dabei hatte ich so viel Spaß. Hm, meine Waffe hat keine Leistung mehr. Meine Waffe funktioniert wieder normal. Oh, dabei hatte ich so viel Spaß. So, ein Brettteile brauche ich noch. Und hier habe ich das letzte Brettteile. Die Waffe funktioniert wieder normal. Gut. Jetzt habe ich vier Brettteile. Ich hoffe, jetzt können, kann ich dann die... ...Tür aufmachen. ...Jemand muss mir das Juwel abnehmen. Vier Brettteile, die gehören da eingesetzt. Damit ich die Tür öffnen kann. Oh. Dabei hatte ich so viel Spaß. ...Hab ich alle Leben voll. Na bitte. Sesam, öffne dich. Das Juwel verstärkt meine Waffe nicht mehr. Ha. Wo kommen denn die ganzen Hanlanger her? Sie sind jetzt hinter mir, Herr. Also, die Synchronsprecher sind nicht wirklich... ...Haha, sind nicht wirklich wer. Also, der Film entsprechend. Gesamt? Sieht ihr das? Sieht ihr das? Sieht ihr das? Gibt es irgendwo eine Ladung? Gesundheit? Brauche ich. Was? Ist das ein Abschuss? Jawohl, habe ich wieder eine Ladung dazu bekommen. Die Runner kommen raus! Was? Keine Buffer hat keine Leistung mehr. Halt sie! Halt die Runner auf! Lass uns gehen! Ja bitte! Jawohl! Äh, zurück zur Normalität. Ich bin bereit! So, schauen wir mal da rein, wo die war... Was ist das? Ah, Bomben. Die habe ich. Granaten. Ich werde das brauchen. So. Oh Mann! Die Mama hat keine Leistung mehr! Die Mama hat keine Leistung mehr! Okay, ich muss das zeitlich genau abstimmen. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Hat es! Noch drei! Ah! Meine Waffe hat keine Leistung mehr! Nicht, nicht, nicht! Was machst du?! Oh! Oh, ho, 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 ho! Das war gut! Okay. Okay, wir haben eins! So, hier drüben haben wir noch ein Teil! Drei Teile aus dem dritten Teil jetzt! Ja! Nur noch eins! Dann kann ich die nächste Tür öffnen, wo die ist, weiß ich nicht. Hier drüben ist die Tür. Das war verrückt! Ich hoffe, ich muss das nie wieder tun! Ein Teil, habe ich das irgendwo übersehen oder so? All für Geeks! Spielbrett-Teile! Ich werde daran denken, dass es hier ist. Okay, also da muss ich jetzt schauen. Ich habe irgendwas übersehen. Muss ich die ganze gefährliche Strecke nochmal zurückgehen? Hm! Meine Waffe hat keine Leistung mehr! Hier oben ist was? Na, kann man nicht drauf. Meine Waffe funktioniert wieder normal! Hier haben wir das Teilchen! Glück, jetzt haben wir alle drei Teile! Jetzt können wir wieder durch die nächste Tür gehen! Ja, es war toll! Solange es funktioniert hat! Wir haben vier Brettteile von vier und wir können wieder öffnen! Oh Mann! Die Waffe hat keine Leistung mehr! Weiter geht's! Ich denke, dass etwas passiert! Ah! Seht ihr das? Eine Bombe! Eine Granate nenne ich sie mal! Kippe! Ey! Du! Ich glaube, ich habe ihn erwischt! Geschafft! Ich habe Smulda! So, 40 Ladung, habe ich wieder voll, aah, hier ist ein Nashorn, haben wir irgendwo ein Teil, hier, eine Spielfigur, er ist, tötet uns das nicht, macht uns das nichts, aah, Leben verloren, oh, ich habe ihn doch abgeschossen, jetzt habe ich nur noch zwei Leben, aah, oh Okay, das können wir nicht erlegen, aah, okay, also ich habe nur noch zwei Leben, ein Strich auf dem Arm weniger, wer den Film gesehen hat, also wer den Film nicht gesehen hat, der muss sich diesen Film anschauen, ich habe den sicher schon zehnmal gesehen, habe ich eh schon erwähnt und er ist einfach sagenhaft, da kommt das Nashorn wieder, hier drüben haben wir noch ein Teilchen, na bitte, nur noch eins, ein Teilchen nur noch, aah, meine Waffe funktioniert wieder normal, aah, schreit der Mausfinder, schreit so, müssen wir weg von diesem Nashorn, hier drüben haben wir das letzte Teil, na das ging ja einfach, puh, das ist ein starker Gegner, das sind nur solche fetten, hier haben wir das letzte Teilchen, na bitte schön, jemand muss mir das Juvel abnehmen, sehr gut Ich würde mir vorschlagen, das war es aber mit diesem Teil, mit diesem ersten Teil des Spiels, Jumanji, ja, ein Superspiel, mir gefällt es jetzt schon, sehr gut, also ziemlich lustig, ziemlich witzig und ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen, lasst es mir bitte ein Like da, Abo, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, zwar nicht Videos, hochlade, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich sage Game Over, Danke, Ciao!